Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute bin ich wieder im Wald unterwegs und absolviere meine 10 Kilometer in ungefähr einer Stunde. Das ist mein Plan. Dann ist alles super. Nach dem Intro geht's richtig los. Bleibt dran. Puh. Ich bin jetzt so knapp bei zwei Kilometern und habe noch acht vor mir. Das ist ein bisschen was, aber das klappt schon. Das ist so mein übliches Pensum. 10 Kilometer kann ich ganz smooth runterlaufen. Wenn es mehr werden, muss ich mich anstrengen. Aber heute mache ich wirklich smooth. Locker. Also komme ich auf den Weg und halte ich auf dem Laufenden. Kann jeder übrigens nachmachen. Ein paar Minuten laufen kann jeder, auch wenn es anstrengend wirkt. Es wird immer gut am Ende. Wenn man ein paar Minuten gemacht hat und so ein Ticken über seinen Schatten gesprungen ist, den Schweinehund überwunden hat, dann ist es beim nächsten Mal umso geiler und es wird besser und besser. Also tut es. Ich bleibe jetzt dran. Bin jetzt bei gut 4,5 Kilometern angekommen. Lauf hier eine gerade Strecke. Das heißt, die 10 Kilometer werde ich eigentlich locker, locker heute schaffen. Mehr will ich auch nicht, weil irgendwie, dass mir sonst zu viel Zeit wäre, die ich dir opfere für den heutigen Sport. Ich habe nicht so viel Zeit heute. Deswegen eine Stunde, 10 Kilometer, locker durchgemacht. Super. Dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Dann ist alles geil. Ich bleibe dran. Kleiner Berg vor mir. Den kriege ich auch noch. Den kriege ich auch noch. Alles gut. Nach gut 7 Kilometer habe ich den Anstieg geschafft. Alles cool. Es war gerade anstrengend, aber die 10 schaffe ich locker. Ich bin schon auf dem Rückweg mittlerweile. So einen komischen Bogen gemacht. Und die restlichen 3 zum Auto. Kriege ich hin. Kriege ich hin. Ich melde mich dann am besten wieder beim Auto. Da ist gerade nicht viel zu erzählen. Ich bin gerade ein bisschen ausgepowert. Alles gut. Ich bin jetzt in meinem Auto angekommen. 10 Kilometer habe ich hinter mir. Gute Stunde bin ich gelaufen. Alles cool für heute. Reicht mir. Kann ich duschen gehen. Und habe ein sehr gutes Gewissen heute. Was den Sport angeht. Ich sage Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Runde vom Sofa. Sport machen. Sport machen. Sport machen. Tschüss. Los- und gut. Isabeltia mit Sophie. Lass uns auf den Schmacken. Merde. Wir sollen nach. Die Schmacken sind auf. Bis zum nächsten Mal. Bisschen. Der ist Kling.